ja hallo erstmal ist sich euer Gartenküchenfuchs ich möchte euch kurz meine Pappstickas zeigen kurz vor der Auspflanzung nächste woche werden sie ausgepflanzt und ja hier ist meine eine Snack die Pflanze ist ungefähr ich weiß auch nicht ein Meter mindestens wenn man alles zusammennimmt hier sind meine Chilis die kann ich demnächst ernten da ist die erste fast reif hier hängt auch schon was dran an der Pappsticka die ist auch ungefähr einen Meter hoch also die Snack Pappsticka Saison kann starten die überwinterte zeige ich euch dann das nächste mal die überwinterte Pappsticka und wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag einen schönen Abend eine gute Nacht wenn auch immer ihr dieses Video anschaut ja ich würde sagen eineinhalb Minuten gehen gehen eigentlich immer ich wollte euch mal kurz ein Pappsticka Update verpassen also macht's gut Ciao Ciao Salom und Goodbye